Guten Morgen! Heute ist der 26.05.2019 und heute sind in Deutschland Europawahlen. Ja, eine Chance, eine Möglichkeit mal Stimmen zu zeigen und mal wählen zu gehen, mal sein Kreuz für die richtige Partei zu machen. Heute sind auch in manchen Ländern, in manchen Bundesländern Kommunal- oder Bürgerwahlen, auch da ist es wichtig wählen zu gehen. In ganz Deutschland und in der ganzen EU, ganz Europa sind heute Europawahlen. 4 Kreuze müsst ihr also machen, 1 für die Europawahl und 3 für eure Kommunal- und Bürgerschaftswahl, wie es auch immer in eurem Bundesland heißt. Wenn ihr wählen dürft, meine Bitte an euch, geht heute wählen. Heult nicht, geht wählen. Ja, kann man so sagen. Heute bestimmt ihr, wie es mit der Europapolitik in Europa die nächsten Jahre weitergeht. Und kurz gesagt, wir sehen uns an der Wahlurne, wählt Europa und wählt, wie immer, weiser. Und jetzt, wir sehen uns an der Wahlurne, die wir sehen uns an.